Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Nathan Drake Collection. Mein Name ist der 18Gaming und wir widmen uns heute wieder dem ersten Teil, so wie gestern. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, mit dem Flugzeug zu dieser Insel gefahren, wo der angebliche Eldorado-Schatz sein soll. Aber wir wurden zufällig durch irgendwelche komischen Flugabwehrraketen getroffen, sodass wir springen mussten mit Fallschirmen. Elena hatte Glück, sie hatte einen heilen Fälschirm, aber meinerseits, also Nathan Drake hatte eine mit einem Loch drin, sodass wir, ja, erstmal an so einer komischen Statue hingen, haben wir uns durchgekämpft und versucht, sie und das Flugzeug zu finden, haben dann aber wiederum nur die zwei Teile gefunden des Flugzeugs, wo wir dann die Karte rausgeholt haben. Zwischenzeitlich gab es irgendwelche, ja, Treffen mit Gegnern, beziehungsweise man weiß noch nicht, was das für Leute sind. Und ich glaube, das sind irgendwelche Räuber, beziehungsweise, ja, Schatzsuchende Leute, beziehungsweise Kriminelle. Denn Sally Sullivan, ja, seine Probleme hatte, der aber leider verstorben ist, wie wir ein paar Videos zuvor gesehen haben. Ja, und jetzt haben wir Elena gesehen durch das Flugzeug, dass sie hier irgendwo hängt. Und wir sind hier gerade in der Burg drin, sind jetzt auch gekleidert und jetzt versuchen wir, sie zu finden. Und klären jetzt hier runter und ja, versuchen sie es, wie gesagt, zu finden. Und jetzt kommt es gut mit diesem Hin und Her, ja, hast du noch gut gemacht, nee, so, es geht hier runter. Ah. So, wenn wir gucken, ob er da hochkommt. Ja. Ja, gut. Ja, hast du gut gemacht, hätte ich mir so. Ich muss durch Fenster springen. Die Fenster ist immer gut. So, und jetzt, Leute, jetzt guckt der Moment. Oh, wir sind Gegner. Oh, geil, wir haben eine. Eine Muni-Pistole. Jetzt versuchen wir, da reinzukommen. Ach, auf Himmels Willen! Ach, auf Himmels Willen! Wo sind die denn hier? Da ist er! Das war nicht schlecht! So, ich finde da so diese Landschaft und so diese Atmosphäre hier, das hat schon was. Und jetzt hat der Sonnenuntergang mit dem Meer, das ist schon geil! So, ich finde hier irgendwie ein Schatz. Ne, kein Schatz, schade. Ich glaube da werden gleich welche rauskommen. Ich bin der Schatz. Also, ich bin der Schatz. Ich bin der Schatz. Oh my. Gucken, dass wir nicht da reingraten. Oh, das wird dir... Oh, wir gucken mal, wo man hierkommt. Ach, das war das andere, gut. Wer schießt denn wo auf mich? Dann sind wir doch hier durch. Okay. Ja, Leute, wo seid ihr denn? Hier war noch welche. Oh, ein neues Spielzeug. Wir hatten doch gerade eben schon das neue Spielzeug, Junge. Ah, ich glaube, wir müssen hier irgendwie hoch. Genau so war das. Junge. Da ist er. Den gehe ich nicht mit dem nächsten Drag an. So, wir kommen jetzt hier hoch. Ach, da kommt man vielleicht hoch. Na, hier sieht es schlecht auch mit dem Bruch, Köln. Dann gehen wir mal hier rüber. Guck mal, was hier drin ist. Oh. Die habe ich gar nicht gesehen, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Junge, was machst du denn hier? Hier können wir nicht. Dann müssen wir wohl hier links gehen. Ich glaube, wenn wir da rumgehen, genau, ist das gleiche. Da wird wohl keiner sein. Dann gehen wir hier hoch. Ah, da in den Turm wollten wir, glaube ich, genau so war das. Ich fände mir doch lieber die Arkanen, die wir hier wieder runter. Gut. So, wo war ich denn? Ich war hier. Genau. Hier oder irgendwo meine Acker. Ja, da. Gut. So, jetzt gehen wir hier wieder hoch. Dann gucken wir mal, ob wir hier was finden. Ich hoffe mal, ja. Weil wir sind ja auf der Suche nach Elena Fischer. Ja, das ist echt. Seitdem Elena Fischer draußen ist, bzw. ihre Musik macht, muss ich immer, wenn ich Elena Fischer sage, daran denken. Wie kommen wir hier unter? Ach da, da war ja zu. Hier können wir auch nicht rein. Ja, da müssen wir wohl nur, können wir auch schon. Da hoch kommen wir, glaube ich, nicht. Da müssen wir wohl hier rein. Ja. Vielen Dank, dass ihr eingeschaut habt bei der Folge. Und ihr denkt, ob ihr dann diese drei Sachen, die ich gerne hätte. Daumen nach oben, Feedback und Anregungsvorschläge, also Wünsche, oder was ihr gerne nochmal sehen wollt von mir. Und ja, Verbesserungsvorschläge, wie gesagt, und abonniert mich, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ja, ihr könnt auch gerne in den anderen Playlists reinschalten, die ich unten dann verlinken werde. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer CA18 Gaming.